Ich glaube, wir kommen da nur raus mit Sex. Also ich glaube nicht, dass wenn man sozusagen alle Vorstände und alle Politiker und so durch Frauen ersetzt, dass dann die Welt automatisch besser wird. Ich glaube, dass Macht den Menschen die Möglichkeit gibt, so zu sein, wie er wirklich ist. Ich glaube, es ist hier, als dass es eigentlich eine Änderung geben kann. Ich kann nicht über Gleichberechtigung reden und dann nicht dafür einstehen. Da bin ich vielleicht doch manchmal ein Stück weit starke Frau. Ganz heimlich. Ich möchte, dass mir scheißegal ist, was andere über mich denken. Jeder in diesem fucking Filmbusiness hat Angst. Ich weiß ja nicht, kann ich das machen, sollte ich das machen, habe ich da Zeit für, nee, machen und lachen. Ich stelle mir etwas anderes im Leben vor, dann bin ich fest davon überzeugt, dass man es ändern kann. I don't really feel that somebody support me. I support myself. Bestimmt können Frauen auch nicht so nett sein zu anderen Frauen. Ich finde es mega geil, dass wir gerade so eine Community bilden, die irgendwie jetzt so aufsteht. Ohne meinen Mann muss ich jetzt auch ganz, ganz spießig sagen, er würde das auch alles überhaupt nicht klappen. Dass ich wieder im Beruf bin als Mutter und dass ich Superpowers habe, die wahrscheinlich nur eine Mutter haben kann. Wir sind keine Männer. Wir haben ganz andere Qualitäten, ganz andere Kräfte, ganz andere Eigenschaften. Dass das auch wieder honoriert wird und dass so das Gleichgewicht wieder stattfinden kann. Und jetzt ist alles möglich. Das ist eigentlich ganz schön. Ich würde mir total wünschen, mal eine Woche ein Mann zu sein, um sehen zu können, ob das wirklich stimmt. Ob das Leben dann wirklich so viel geiler ist und ob alle so mit mir zu kommen, so yeah bro, komm wir machen was zusammen.